Guten Abend und herzlich willkommen hier zu unserer Livestream-Führung im Hotel Silber. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Friedemann Rinke vom Haus der Geschichte hinter der Kamera, meine Kollegin Lea-Theresa Berg. Wir machen diese Führung heute anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages am 27. Januar, der jeweilige Jahrestag der Befreiung der Konzentrations- und Vernichtungslager in Auschwitz, Auschwitz-Birkenau und Monowitz. Der Baden-Württembergische Landtag stellt jedes Jahr eine Gruppe von Menschen in den Mittelpunkt ihres Gedenkens, die während der NS-Diktatur aus politischen, religiösen, weltanschaulichen Gründen, rassistischen Gründen verfolgt wurden. Dieses Jahr sind es die Zeugen Jehovas. Und daran wollen wir uns inhaltlich anschließen heute. Ich werde also in diesen gut 30 Minuten über die Zeugen Jehovas und ihre Verfolgung hier vom Hotel Silber aus sprechen und zu den Orten hier in der Dauerausstellung gehen, wo dieses Thema eben relevant ist. Sie können gerne Fragen stellen zwischendurch. Meine Kollegin bekommt es dann mit und würde sie an mich weiterreichen. Ganz kurz ein Hinweis noch. Der Begriff Zeugen Jehovas ist, glaube ich, den allermeisten geläufig. Ich glaube, viele haben auch ein Bild vor Augen. Vielleicht die Situation, dass zwei Menschen an öffentlichen Plätzen mit Zeitschriften stehen. Vielleicht heute, glaube ich, weniger. Aber früher war es häufiger, dass sie von Haus zu Haus gehen und ihre Schriften anbieten. Darüber hinaus ist vielleicht das Wissen zu den Zeugen Jehovas nicht so weit verbreitet. Was macht sie eigentlich aus? Wo liegen Unterschiede zu anderen christlichen Konfessionen, Katholiken, Protestanten? Zu diesem Thema haben wir heute einen Podcast freigeschaltet auf unserer Webseite geschichtshorthotelsilber.de, wo wir mit Dr. Hubert Rosa über die Zeugen Jehovas sprechen, solche Fragen diskutieren, aber natürlich vor allen Dingen auch darauf eingehen, wie diese Religionsgemeinschaft und ihre Mitglieder während der NS-Diktatur verfolgt wurden. Das ist schon überblicksartig, aber wir gehen auch auf Einzelbeispiele hier aus dem Südwesten ein. Das möchte ich Ihnen ans Herz legen, wenn Sie sich weiter informieren wollen, dass Sie sich diesen Podcast vielleicht noch anhören. Nun aber hier zur Dauerausstellung im Hotel Silber. Dazu nur einige Worte. Das Hotel Silber war vom Ende der Weihandert-Mauer-Republik bis Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre Polizeidienststelle hier in Stuttgart. Entsprechend haben wir hier in der Dauerausstellung unseren Schwerpunkt nicht allein auf die NS-Diktatur gerichtet, sondern sprechen auch über die Zeit vor 1933, über die letzten Jahre der Weihandert-Republik, hier in Stuttgart und in Württemberg, und über die Zeit nach 1945 auch, vor allen Dingen in Stuttgart, als die Kriminalpolizei hier das Haus nutzte. Es sind vor allen Dingen zwei Stationen, die ich hier vorstellen möchte in der Dauerausstellung. In der ersten Station stehen wir schon. Es ist der erste Raum der Ausstellung. Vielleicht kann man es erkennen. Die Ausstellung ist grob chronologisch angeordnet und wir befinden uns hier in dem Raum, in dem wir über die politische Polizei der Weihandert-Republik sprechen, die hier eben seit 1928 das Hotel Silber als Dienstsitz nutzte. Die politische Polizei war eine Art Staatsschutz. Sie hatte also die Aufgabe, demokratiefeindliche, republikfeindliche Bestrebungen zu beobachten und zu erkennen und zu berichten, dann vor allen Dingen an verantwortliche staatliche Stellen. Gerade in den letzten Jahren der Weimarer Republik fiel in ihre Zuständigkeit auch die Zensur von politischen Schriften oder solchen Schriften, die als strafrechtlich oder polizeirelevant galten. Wir haben hier in der Tischvitrine, in der wir in jedem Raum immer das polizeiliche Handeln der jeweiligen Zeit vorstellen, also welche Aufgaben hatte die Polizei, wer führte die Aufgaben aus und wie wurden sie ausgeführt, haben wir eine Liste liegen, in der das Polizeipräsidium bzw. die politische Polizei für einen bestimmten Zeitraum auflistet, welche Schriften, welche Druckerzeugnisse sie verboten und beschlagnahmt hat. Das ist jetzt nur ein Blatt einer sehr viel längeren Liste. Das sind hunderte Titel, die in dieser Liste immer periodisch aufgeführt werden. Zum allergrößten Teil sind es Schriften der KPD oder ihren Organisationen, auch einige sozialdemokratische, gewerkschaftliche Schriften, auch einige der NSDAP. Was hat das mit unserem Thema hier zu tun? Als ich mir diesen Archivbestand damals bei den Vorbereitungen hier für die Dauerausstellung angeguckt habe, war ich überrascht, dann zwischen dieser Liste auf einmal eine Auflistung von Schriften der Zeugen Jehovas zu finden bzw. auch der ernsten Bibelforscher, wie sie damals nach einer älteren Bezeichnung oft noch genannt wurden. Also eine ganze Reihe von Schriften, ich habe es jetzt nicht mehr genau vor Augen, es ist aber vielleicht ein knappes Dutzend, die hier vom Polizeipräsidium verboten worden waren und dann entsprechend auch beschlagnahmt und eingezogen wurden, wo man ihrer denn habhaft werden konnte. Das heißt, die Zeugen Jehovas sind schon vor 1933 nicht verfolgt worden als Religionsgemeinschaft, sie waren nicht verboten, aber ihre Tätigkeit war schon sehr stark eingeschränkt worden, indem nämlich durch Polizeiverordnungen oder Regierungsverordnungen eben die Verbreitung ihrer Schriften verboten worden war. Der Hintergrund dazu ist hier für Württemberg vielleicht nicht letztlich geklärt, aber man kann allgemein sagen, dass die Zeugen Jehovas auch während der Weimarer Republik von verschiedenen, sehr relevanten gesellschaftlichen Gruppen diskriminiert und stigmatisiert wurden. Dazu gehören die anderen beiden großen christlichen Konfessionen, die sozusagen einen, in Anführungszeichen, Abwehrkampf gegen diese Lehre führten, entsprechende Stimmung gegen die Zeugen Jehovas machten. Und das hatte eben auch zu diesem Ergebnis geführt, dass ihre Tätigkeit, zumindest bezüglich der Verbreitung von Schriften hier in Württemberg, schon sehr stark eingeschränkt wurde, also vor der Zeit von 1933 bereits. Und entsprechend ist das in Archivunterlagen überliefert. Wohlgemerkt, die einzelnen Mitglieder der Religionsgemeinschaft wurden als solche nicht verfolgt. Auch die Religionsgemeinschaft war nicht verboten worden zu diesem Zeitpunkt. Allerdings kommt dieses Verbot dann relativ schnell. Wir bewegen uns hier sozusagen in der Zeit etwa um 1933, als eben sozusagen die nationalsozialistische Diktatur sich sehr schnell errichtet und vor allen Dingen auch die Polizei hier im Hotel Silber sich rapide umstrukturiert. Wir haben hier ein Schaubild, wo wir schematisch haben versucht darzustellen, was aus der politischen Polizei der Republik im Jahr 1933 wird. Nur ganz kurz angedeutet. Wir haben hier das Personal der politischen Polizei vor 1933. Und dann dieser große Block ist dann die politische Polizei wenige Monate später oder wenige Monate nach dem Ende der Republik im Spätsommer 1933 die politische Polizei, aus der sich dann die Gestapo entwickelt hat, ihr Personal verdreifacht. Es gibt eine große Gruppe von Personen, die sowohl zunächst für die republikanische politische Polizei gearbeitet hat, also qua Amt, mit dem beauftragt war, demokratiefeindliche Bestrebungen zu erkennen und zu bekämpfen, die dann aber eben genauso eben für die sich sehr schnell errichtende Diktatur gearbeitet hat und ja hier im Hotel Silber ja tatsächlich an ihren Schreibtischen sitzen blieb nach 1933. In diesem zweiten Raum, wo es vor allen Dingen um die ganz frühen Aktionen und Verfolgung der politischen Polizei geht, da sind vor allen Dingen politische Gegner betroffen, vor allen Dingen Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter, die 1933 massenhaft verhaftet werden im ganzen Deutschen Reich, aber vor allen Dingen hier auch in Württemberg. Die Errichtung des Konzentrationslagers auf dem Heuwerk ist dafür ein sichtbares Zeichen, wo bis Ende des Jahres Tausende von Menschen inhaftiert werden. Von diesen ersten Maßnahmen sind die Zeugen Jehovas noch nicht betroffen. Während in übrigen Teilen des Deutschen Reiches die Religionsgemeinschaft eigentlich sehr schnell verboten wird, meist bis zum Sommer 1933, dauert es in Württemberg etwas länger. Im Februar 1934 erfolgt dieses Verbot. Und nochmal, es bezieht sich hier nicht nur dann auf Schriften und Tätigkeit, sondern die Religionsgemeinschaft wird insgesamt verboten und Tätigkeit für sie eben unter Strafe gestellt. Der Hintergrund ist sicherlich, oder einer der Argumente der Nationalsozialisten ist gegenüber den Zeugen Jehovas zum Beispiel, dass sie nicht den Staat als solchen ablehnen, aber zum Beispiel sozusagen Gelöbnisse auch auf Menschen verweigern. Das spielt hier eine ganz zentrale Rolle, als der Reichspräsident 1934 stirbt und Adolf Hitler auch dieses Amt übernimmt, neben der Kanzlerschaft, werden zum Beispiel Beamte des Deutschen Reiches neu vereidigt. Und es gibt auch eine neue Eidformel. Alle Beamten schwören einen Eid jetzt persönlich auf Adolf Hitler. Vorher war es ein Schwur auf die Verfassung und jetzt wurde von ihnen ein Eid auf die Person Adolf Hitlers verlangt, 1934. Das hat für die Geschichte, zu der wir gleich gehen wollen, oder spielt eine ganz wesentliche Rolle bei dieser Geschichte. Ich stehe mal kurz vor. Was ich vorhin kurz angedeutet habe, dass es den Zeugen Jehovas aus Glaubensgründen verboten war, so ein Schwur zu leisten, hatte natürlich für diejenigen, die zum Beispiel im öffentlichen Dienst arbeiten oder als Beamte, massive Folgen. Ein Beispiel haben wir hier in diesem Raum thematisiert. Das ist die Geschichte von Rosa Becher. Rosa Becher war Beamtin, Postassistentin hier in Stuttgart. Und als sie, wie alle anderen, 1934 aufgefordert wurde, diesen neuen Amtseid auf Adolf Hitler zu leisten, hat sie das gemäß ihres Glaubens, sie war Zeugin Jehovas, eben verweigert. Das hatte zunächst mal lediglich, vor dem Hintergrund dem, was ihr dann noch geschah, lediglich die Entlassung aus dem Staatsdienst zufolge, 1934. Sie ließ sich allerdings von dieser Drohgebärde nicht einschüchtern und war weiter in der Edigalität gedrängten Tätigkeit weiter für die Zeugen Jehovas tätig. Sie hat weiter zusammen mit anderen Druckerzeugnisse erstellt. Sie hat sie konspirative Art und Weise unter Glaubensbrüdern und Schwestern weiter verteilt und weiter einfach versucht, diese Glaubensgemeinschaft am Leben zu erhalten. Die Gestapo war von Anfang an beauftragt, die Zeugen Jehovas zu beobachten und gegebenenfalls eben Verstöße gegen dieses Verbot aufzudecken und zu ahnden. Darum geht es auch hier in dieser Geschichte. Der Brief, den wir hier an der Wand haben, ich weiß nicht, warst du schon drauf, ist ein Brief von Rosa Becher, den sie 1938 an ihre Familie schreibt. Den Brief schreibt sie aus dem Frauengefängnis Gottes Zell. Dazu der Hintergrund, Rosa Becher war, wie viele andere Zeugen Jehovas 1937 verhaftet worden. Es gab landesweit, kam es zu richtigen Verhaftungswellen gegen Zeugen Jehovas. Rosa Becher war eine von ihnen. Und sie wurde eben wegen ihrer illegalen Tätigkeit für die Religionsgemeinschaft 1938 vor das Stuttgarter Sondergericht gestellt. Es gab vorher Ermittlungen der Gestapo. Sie haben sie in ihrer Wohnung verhaftet. Sie haben die Häuser, die Wohnungen durchsucht und entsprechende Dinge beschlagnahmt. Und auch bei diesem Verfahren war sie nicht allein, sondern stand mit vielen anderen gemeinsam eben vor Gericht. Der Vorwurf war tatsächlich die Aufrechterhaltung einer verbotenen Vereinsgruppe und zusätzlich eben noch sozusagen die dann als staatsgefährdend betrachtete Tätigkeit der illegalen Herstellung von Druckschriften und der Verbreitung dieser Druckschriften. Rosa Becher ist vom Sondergericht zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Und dieser Brief stammt eben aus der Zeit, wo sie diese Haft in Gottes Zell im Frauengefängnis verbüßen musste. Das vielleicht Interessante ist, dass dieser Brief überhaupt überliefert ist, also dass wir ihn heute hier ausstellen können. Das liegt daran, dass dieser Brief von der Gefängnisleitung nicht weitergeleitet wurde. Vielleicht kann man es erkennen, der Brief ist eigentlich mehrseitig, auf anderen Seiten ist es vielleicht deutlicher. Wir sehen im unteren Bereich einen roten Strich, der die unteren Zeilen durchstreicht. Natürlich wurden Briefe von Gefangenen, durchliefen die Zensur und dieser Brief wurde eben beanstandet. Rosa Becher hat in ihrem Schreiben an ihre Familie, auch noch in weiteren Schreiben, eben nicht davon Abstand genommen, sich auf ihren Glauben zu beziehen, auf ihr Bekenntnis zu beziehen und spricht in diesem Brief auch gegenüber ihren Familienmitgliedern davon. Und das war augenscheinlich der offensichtliche Grund, warum der Zensor sozusagen diesen Brief beanstandet hat und ihn zurückgehalten hat. Der Brief hat also ihre Familie nie erreicht. Er ist in ihrer Gefangenenpersonal aktiv verblieben, wo wir ihn dann eben haben finden können und wir ihn heute hier ausstellen können. Wenn wir kurz hier rüber gehen, sozusagen, hier gibt es im Tisch dann das entsprechende Dokument von der Gestapo zu diesem Vorgang. Auch hier ist es vielleicht interessant, sich dieses Schreiben genauer anzugucken. Wenn man es sich ansieht, merkt man schnell, dass es sich um einen Vordruck handelt. Das ist also kein Brief, der speziell für einen Fall geschrieben wurde mit verschiedenen Umständen, sondern es ist ein Vordruck, merkt man vielleicht auch daran, dass er ganz allgemein von der Gefangene spricht, also gar nicht, es müsste eigentlich heißen, die Gefangene Becher, sondern im Vordruck, den gibt es halt nur in männlicher Form bei der Gestapo. Mit diesem Vordruck sorgt die Gestapo dafür, er ist an das Frauengefängnis Gottes zellgerichtet, sorgt die Gestapo dafür, dass sie sofort informiert wird, wenn Gefangene, in diesem Fall Rosa Becher, eben kurz vorm Ende ihrer Strafe sind und bittet darum, dass man eben benachrichtigt wird und dass die Gefangene, wohlgemerkt, nach der Verbüßung ihrer Strafe sofort wieder der Gestapo überstellt wird. Und so steht es da auch dann eben zur Prüfung der Schutzhaftfrage. Hintergrund war hier, dass die Gestapo alle Zeugen Jehovas, die eben eine Strafe vom Gericht angeordnete Strafe verbüßten, sofort wieder vorluden. Und womit sie dann konfrontiert wurden, war, dass sie ein Schreiben unterzeichnen sollten, indem sie nicht nur ihrem Glauben, sozusagen sich von ihrem Glauben distanzierten, sondern ihn als Irrglauben bezeichneten und sozusagen mit ihrer Unterschrift beeideten, dass sie sich fortan nicht nur für die Organisation nicht mehr betätigen wollen, sondern dass sie insgesamt aus dieser Glaubensgemeinschaft austreten wollen oder werden. Rosa Becher hat diese Unterschrift verweigert. Sie ist tatsächlich von Gottes Zell dann hier wieder nach Stuttgart gekommen. Sie ist nicht in Freiheit entlassen worden, obwohl sie ihre Strafe verbüßt hatte. Sie ist hier ins Polizeigefängnis gekommen und dann hier ins Hotel Silber überstellt worden. Hier wurde dieses Schreiben vorgelegt und sie hat die Unterschrift dazu verweigert. Das hatte für sie die Konsequenz, dass sie eben nicht in Freiheit entlassen wurde, sondern gleich von hier aus ins Konzentrationslager von der Gestapo überführt wurde und tatsächlich blieb sie bis Ende 1945 in verschiedenen Konzentrationslagern. Das Schicksal von Rosa Becher ist für die Verfolgung der Zeugen Jehovas durch die Gestapo durchaus beispielhaft. Ich habe einige Punkte schon erwähnt, also die Weigerung, den Eid auf Adolf Hitler zu leisten. Hier in diesem Fall als Beamten während des Zweiten Weltkrieges spielt das nochmal in einer sehr viel verschärfteren Form für Zeugen Jehovas eine Rolle, die Weigerung, nämlich wenn sie den Wehrdienst verweigerten. Zeugen Jehovas war es grundsätzlich aufgrund ihres Glaubens nicht erlaubt, eine Waffe in die Hand zu nehmen, auch nicht als Soldaten zu dienen, schon gar nicht in den Krieg zu ziehen, sodass es unter den Zeugen Jehovas eine große, große Gruppe gab, die eben den Einbestellungsbefehl zum Wehrmacht verweigert haben. Und tatsächlich stand auf diese Weigerung im Nationalsozialismus nicht nur für Zeugen Jehovas, insgesamt auf die Wehrdienstverweigerung die Todesstrafe. Und so ist es auch gekommen, dass unter den Zeugen Jehovas die Anzahl derer, die aufgrund von Wehrkraftzersetzungen, wie es damals sozusagen dann hieß, dass die aufgrund von Wehrkraftzersetzungen tatsächlich zum Tode verurteilt wurden und auch hingerichtet wurden. Auch hier in Württemberg und im Südwesten gibt es zahlreiche Beispiele dafür. Der andere Grund eben war, zum Beispiel eben wie bei Rosa Becher, dass man sich nicht insgesamt dem Staat und seinen Anforderungen entzog, aber eben bestimmten Formen, dem Eid, der Wehrpflicht und insgesamt es sich nicht nehmen lassen wollte, eben die Religionsgemeinschaft weiter am Leben zu halten und für ihren Glauben eben einzustehen. Tatsächlich ist es so, dass hier im Südwesten insgesamt für das Deutsche Reich die proportional gesehen, die Anzahl derjenigen, die aus dieser Gruppe verfolgt waren, sehr, sehr hoch war. Insgesamt reden wir natürlich über eine Gruppe, die zahlenmäßig jetzt nicht so groß war. Genauere Zahlen habe ich jetzt speziell für Württemberg hier nicht, aber wir reden hier von einigen tausend Menschen insgesamt, sodass die Gesamtfallzahlen vielleicht nicht so hoch sind, aber wenn man sich sie in Proportion zu den Mitgliedern setzt, sieht man oder kann man ablesen, wie hoch der Verfolgungsdruck tatsächlich von Seiten staatlicher Stellen und ganz besonders eben von der Gestapo gegenüber Zeugen Jehovas wahr. Man kann hier an dem Schreiben auch gut ablesen nochmal das Agieren der Gestapo im Einzelnen. Etwas ganz Unscheinbares sieht man hier oben im Briefkopf. Das ist sozusagen die Kennen, sozusagen das Aktenzeichen. Dahinter verbirgt sich tatsächlich hinter diesem 2D das Referat hier im Hotel Silber, was eben für solche Schutzhaftfragen, wie es damals hieß, eben zuständig war. Es war ein eigenes Referat. Als solches dann natürlich nicht nur zuständig für die Zeugen Jehovas, sondern für alle Gruppen, alle verfolgten die, wo die Frage im Raum stand, ob sie in diese sogenannte Schutzhaft genommen werden sollen. Kurze Erklärung des Begriffes, der ist vielleicht heute ein bisschen zu ikonografisch geworden. Schutzhaft ist einfach, dass die Gestapo ohne richterliche Anklage eben Personen verhaften konnte und sie vor allen Dingen auch unbefristet in Haft halten konnte weiterhin. Und diese Strafe wurde in der Regel dann in den Konzentrationslagern verbüßt, obwohl auch einige hier in den örtlichen Lagern lange inhaftiert waren. Die Gestapo hatte also hierfür ein eigenes Referat, was hier im Hotel Silber saß. Und gleichzeitig hatte es sozusagen noch eine andere Zuständigkeit. Da gab es dann das Sachgebiet für Sekten, wie es damals dann sozusagen despektierlich hieß. Die Mitarbeiter waren eben speziell dafür zuständig, zum Beispiel eben Zeugen Jehovas zu verfolgen. Die Verhaftungswählen, in denen auch Rosa Becher hier zum Opfer fiel, fanden etwa 1936 und 1937 statt. Eine Intensivierung hier der Verfolgung. Das ist auch der Raum, in dem wir uns hier in der Ausstellung befinden, wo wir thematisieren, dass die Gestapo sich zu diesem Zeitpunkt, ab etwa Mitte der 30er Jahre, in ihrer Zielsetzung und ihren Aufgaben ein bisschen wandelte oder man müsste eigentlich sagen, besser erweiterte, war sie anfangs doch wesentlich dafür verantwortlich, politische Gegner der NS-Diktatur zu verfolgen, erweitert sich ihre Zuständigkeit hier um Menschen und Gruppen, die eben nicht zu dieser propagierten Volksgemeinschaft gehören sollten. Dazu gehörten religiöse Gruppen natürlich, Zeugen Jehovas haben wir angesprochen. Es geht natürlich auch um die Verfolgung von Juden und anderen Gruppen. Es geht um eine Intensivierung auch der Verfolgung homosexueller Männer. Es geht um Verfolgung von kritischen Vertretern der Kirchen. All diese Gruppen, und ich habe nur einige jetzt erwähnt, geraten eben zunehmend ab dieser Zeit, ab Mitte der 30er Jahre eben in den Fokus der Gestapo. Und tatsächlich können wir beobachten, dass es zu dieser Zeit bezüglich verschiedener Gruppen zu einer Intensivierung der Verfolgung kommt und infolgedessen eben auch zu ganzen Verhaftungswellen. Also die Zeugen Jehovas habe ich angesprochen. Von 1938 gibt es aber auch eine große Verhaftungswelle gegen sogenannte Asoziale, ein Begriff, der damals traurige Konjunktur hatte. Also Menschen, die sozusagen auch wiederum einen Begriff als Arbeitsscheu galten, gegen sogenannte Berufskriminelle. Auch diese sind sozusagen in den Jahren vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges eben von der Gestapo ganz intensiv verfolgt. Und dazu gehörten eben auch die Zeugen Jehovas. Hier in diesem Raum nicht terminatisiert, aber bevor wir jetzt durch die ganze Ausstellung gehen, möchte ich es trotzdem kurz ansprechen. Wie gesagt, das Schicksal von Rosa Becher steht exemplarisch für viele dieser Schicksale. Viele haben es nicht überlebt, wir haben es angesprochen, aber auch für die, die dann im April oder im Frühjahr 1945 aus den Gefängnissen und Lagern befreit wurden, auch da gibt es danach gewisse Merkmale, vor allen Dingen bezüglich der sogenannten Wiedergutmachung. In den Jahren nach 1945, eigentlich zieht es sich auch jahrzehntelang hin, hatten ja Menschen, die aus rassistischen oder politischen Gründen verfolgt wurden, einen gewissen Anspruch auf Wiedergutmachung. Es gab einen gewissen finanziellen Satz, zum Beispiel für in Haft verbrachte Tage. Man konnte Wiedergutmachung auch für Schäden an der Gesundheit beantragen oder eben auch für materielle Güter, die meinetwegen bei Beschlagnahmung dann verloren gegangen sind. Verlässliche Zahlen zur Wiedergutmachung gegenüber Zeugen Jehovas liegen für Württemberg leider noch nicht vor. Wenn man sich allerdings die Einzelfälle betrachtet, die wir in Vorbereitung hier für die Ausstellung uns angesehen haben, muss man zunächst eigentlich sagen, dass auch Zeugen Jehovas anfangs relativ gute Aussichten auf eine bestimmte Wiedergutmachung hatten. Zum Beispiel, ganz wichtig natürlich, dass die Urteile, die gegen sie ergangen sind, sofern sie denn vor Gerichten überhaupt gestanden haben, dass diese doch in vielen Fällen nach 1945 aufgehoben wurden. Das hat für die Betroffenen im Grunde zweierlei Wert, würde ich mal sagen. Erstmal ist es natürlich ein symbolischer Akt, das sozusagen eine staatliche Stelle bestätigt, dass das damalige Urteil ein Unrechtsurteil war. Es hat aber natürlich auch einen sehr praktischen Wert, weil das damalige Urteil und die Strafe dann aus dem Strafregister getilgt wird, was natürlich für verschiedene Berufe und in der Biografie eine ganz wichtige Rolle spielen kann. Das wurde damals also, wie gesagt, basierend jetzt auf Einzelfälle hier in Württemberg doch zumindest regelmäßig angewandt. Ganz anders sieht es, glaube ich, aus, wenn man betrachtet, wie die Zeugen Jehovas als Gruppe auch in der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden. Und da muss man tatsächlich konstatieren, dass sie als Gruppe der Verfolgten, als Verfolgtengruppe nach 1945 im Grunde kaum Anerkennung fand. Vielleicht kann man auch sagen, gar keine Anerkennung fand. Gegenüber von anderen Gruppen. Es ist zum Beispiel bezeichnend, dass es Jahrzehnte dauerte, bis überhaupt eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema begann. Also sich intensiver mit der Verfolgungsgeschichte, den Gründen der Verfolgung und auch den Folgen dieser Verfolgung auseinanderzusetzen hat, auch in der Wissenschaft jahrzehntelang tatsächlich gedauert. Mittlerweile gibt es einen ganz, ganz guten Forschungsstand, aber das hat tatsächlich eben lange Zeit in Anspruch genommen. Und allein daraus kann man, glaube ich, ablesen, dass diese Gruppe bezüglich ihrer Erlebnisse während der NS-Diktatur doch eben jahrzehntelang sozusagen vernachlässigt wurden und kaum wahrgenommen wurden. Wir wissen aus vielen Berichten, dass dieser Umstand natürlich für viele, sozusagen sie daran gehindert hat, auch diese Traumata aufzuarbeiten für sich und auch Erzählungen zu finden für ihre Geschichte. Da waren den Zeugen Jehovas also sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt. Das soll es leider in relativer Kürze hier aus der Ausstellung gewesen sein. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch hier über die Zeugen Jehovas sprechen. Wir sind natürlich nur eine Gruppe von vielen, die hier mit der Polizei, mit der Gestapo, im Hotel Silber konfrontiert waren, aber eben doch eine wichtige und wie gesagt auch eine relativ große Gruppe, die eben nach 1945 auch große Schwierigkeiten hatte, dass ihre Verfolgung und auch ihr Leid auch von ihren Mitmenschen anerkannt wurde. Und ich denke, es wird höchste Zeit, oder höchste Zeit, dass sich das ändert. Es hat sich auch schon geändert, aber ich finde es auch ganz richtig, dass zum Beispiel der Gedenktag hier in Baden-Württemberg eben sich den Zeugen Jehovas widmet. Auch vor zehn Jahren war das übrigens auch schon mal so. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Zeichen und ist wirklich wichtig gegenüber dieser Gruppe. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren. Meine Kollegin hat mir Zeichen gegeben, dass Sie die 30 Minuten rum sind. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie sich den Podcast vielleicht noch anhören wollen. Das, was wir jetzt als Livestreamung hier gemacht haben, wird auch später bei Facebook, mindestens vielleicht noch anderen Plattformen, Instagram, natürlich kann man sich das auch später nochmal angucken und wird entsprechend auch archiviert. Wir haben das auch auf unserer Webseite verlinkt. Nochmal, ich freue mich, dass Sie dabei waren. Alles Gute Ihnen, bleiben Sie gesund und bis auch bald, vielleicht wieder im Hotel Silber.